Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu unserer Online-Präsentation im Rahmen der Herzwoche. Mein Name ist Hans-Peter Herrmann, ich leite die Kardiologie im Evangelischen Krankenhaus und freue mich bei Ihnen heute über das Thema des schwachen Herzens zu sprechen. Sie alle wissen, dass wir normalerweise diese Fortbildung in unser Bürgerhaus Bergischen Löwen durchführen, was dieses Jahr durch die Pandemiesituation nicht möglich ist. Deshalb machen wir ein neues Konzept und versuchen das mal als Online-Präsentation. Ich werde Ihnen heute etwas erzählen über Diagnosentherapie der Herzschwäche heute. Zunächst ein Blick auf das Herz-Kreislauf-System. Wie zeigt sich denn überhaupt die Herzschwäche? Ich will Ihnen kurz erklären, dass die chronische Herzschwäche sehr häufig ist. In Deutschland leben bis zu 4 Millionen Menschen mit chronischer Herzschwäche und sie ist tatsächlich auch hier im EVK der häufigste Grund für eine stationäre Krankhauseinweisung. Fast 40.000 Menschen sterben jährlich an der Herzschwäche. Also eine enorme Bedeutung. Wie ist die chronische Herzschwäche charakterisiert oder definiert? Das heißt so, dass wenn das Herz nicht in der Lage ist, den Organismus ausreichend mit Blut und Nährstoffen zu versorgen, dann besteht eine chronische Herzschwäche. Und wir unterscheiden da ganz unterschiedliche Formen. Es gibt die Form der systolischen Herzschwäche, des Pumpversagen des Herzens. Wir nennen das auch HEF-REF, wo die Pumpleistung reduziert ist und der Herzmuskel zu wenig Pumpkraft hat. Und die meisten Patienten diese Form der systolischen Herzschwäche haben Leiden an einer koronaren Herzkrankheit, haben also Herzinfarkte durchgemacht. Recht häufig ist aber auch die sogenannte diastolische Herzschwäche. Wir nennen das auch das Füllungsversagen des Herzens. Das hat bei uns Kardiologen eine Abkürzung HEF-PEF. Da ist das Herz nicht mehr so entspannungsfähig und kann sich nicht ausreichend mit Blutfüllen. Häufig ist der Herzmuskel verdickt und man hat eine deutliche Zeichen der Herzschwäche, obwohl die Pumpleistung eigentlich erhalten ist. Die Ursache ist oft Bluthochdruck und es kommt sehr viel häufiger bei Frauen vor. Und es gibt eine Mittelklasse, die wird als HEF-MEMREF bezeichnet, die so dazwischen steht. Über die Einzelnen wollen wir ein bisschen sprechen. Nun, wie zeigt sich die chronische Herzschwäche? Wichtig ist glaube ich für Sie alle, dass der Beginn der Erkrankung oft sehr schleichend ist und unbemerkt. Patienten klagen oft über Atemnot bei körperlicher Belastung, schildern, dass die Leistungsfähigkeit abnimmt. Man merkt es häufig erst beim Treppensteigen oder Bergaufgehen oder beim schnellen Laufen. Viele Patienten klagen über Müdigkeit, Abgeschlagenheit und erst im fortgeschrittenen Start in der Erkrankung merken Sie dann Schwellungen an den Knöcheln, Unterschenkel, also die Wassereinlagerung und oft auch einen sehr schnellen Herzschlag. Wenn der Patient solche Symptome hat, müssen Sie bitte unbedingt zum Arzt gehen. Dann muss man den Arzt aufsuchen, denn man weiß, je früher die Herzschwäche behandelt und erkannt ist, desto besser kann man auch therapieren. Die Herzschwäche wird nach einer amerikanischen Klassifikation in vier Stadien eingeteilt. Das ist diese NYHA-Klassifikation, New York Heart Association. Das Stadium 1 bezeichnet eine Herzschwäche ohne Einschränkung der Leistungsfähigkeit. Man merkt es im Alltag also überhaupt nicht, dass eine Herzschwäche vorliegt. Man hat keine Symptome. Nur der Arzt kann es feststellen. Im Stadium NYHA 2 sind geringe Einschränkungen der körperlichen Leistungsfähigkeit bereits spürbar. Also im Alltag in Ruhe unter normalen Belastungen spürt man keine Einschränkungen. Aber wenn stärkere Anstrengungen da sind, Treppen steigen, schwere Lasten tragen, bergauf gehen, dann kommt es zur Luftnot oder Leistungsminderung. Im Stadium NYHA 3 besteht eine höhergradige Einschränkung der Leistungsfähigkeit schon bei gewohnten Tätigkeiten. Also einfache Arbeiten im Alltag werden schon nicht mehr gut bewältigt und der Patient bemerkt Luftnot. Oft beim Gehen in der Ebene bei Einkäufen und anderen Tätigkeiten. Das Stadium NYHA 4 ist sozusagen das schlimmste Stadium, wo bereits die Symptome in Ruhe auftreten. Bei den kleinsten Aktivitäten aber auch in Ruhe. Die Patienten sind in diesem Stadium eigentlich bettlägerig. Die Ursachen der Herzschwäche sind mannigfaltig. Man muss vielleicht erklären, dass Herzschwäche kein eigenständiges Krankheitsbild ist. Sie ist oft das Endstadium unterschiedlicher zahlreicher Herzerkrankung. Am häufigsten ist es die koronare Herzkrankheit, also die Durchblutungsstörung des Herzens mit abgelaufenen Herzinfarkten und die Bluthochdruckerkrankung. Besonders gefährlich wird es, wenn koronare Herzkrankheit, Bluthochdruck und Diabetes gemeinsam auftreten. Dann wird die Situation ganz bedrohlich. Es gibt interessanterweise Geschlechterunterschiede, welche Ursachen vorhanden sind. Bei Frauen ist als Ursache der Herzschwäche viel häufiger der Bluthochdruck zu nennen, die Diabetes und das Übergewicht. Während bei Männern an erster Stelle die koronare Herzkrankheit, also der Herzinfarkt steht, an zweiter Stelle Bluthochdruck und dann Diabetes. Selten sind andere Formen der Herzschwäche, so in 20 bis 30 Prozent der Fälle, könnte es Herzklappenerkrankungen sein, angeborene Herzfehler, entzündliche Herzkrankheiten, also die Herzmuskelerkrankung und Herzmuskelentzündung, aber auch übermäßiger Alkoholkonsum, Drogen und verschiedene Medikamente. Und wie stellt der Arzt nun die Herzschwäche fest? Sie alle kennen das, dass man natürlich an den Beinen häufig dicke Beine spüren kann und Flüssigkeitsanlagerungen durch den Tasten mit den Daumen so Dellen eindrucken kann. Dann merkt man, ob an den Gelenken oder an den Beinen Flüssigkeit eingelagert ist. Wichtig ist aber für die Feststellung auch die Krankengeschichte, die Vorgeschichte und die körperliche Untersuchung insgesamt und die Schilderung der Symptome durch den Patienten. Das ist glaube ich das A und O. Es gibt aber auch seit einigen Jahren einen sehr guten Laborwert, der für die Feststellung der Herzschwäche uns Ärzten sehr hilft. Das ist das Hormon NT-ProBNP. Das ist ein Marker der Herzschwäche. Den kann man im Blut bestimmen und der ist sehr hilfreich, denn wenn dieser Laborwert normal ist, kann man sehr sicher sein, dass die Symptome, die Luftnot nicht auf einer Herzschwäche beruhen, sondern sie können durch Lungenerkrankungen oder anderes zurückzuführen sein. Erhöhte Werte erfordern eine weitergehende Abklärung beim Kardiologen, ob das Herz eben die Ursache ist. Ganz interessant ist, dass man unter einer guten Behandlung des Patienten dieser erhöhte NT-ProBNP-Wert sich wieder normalisiert oder wieder abfällt und damit kann man auch die Therapieerfolge etwas überprüfen. Es ist so, dass wenn beim Hausarzt Hinweise und Verdachtsdiagnose Herzschwäche gestellt wird, sollte der Patient unbedingt zum Kardiologen überwiesen werden, um die Diagnostik voranzutreiben, falls es nicht möglich ist, auch in die Herzambulanz eines Krankenhauses wie bei uns im EVK. Denn das Problem ist, dass die Herzschwäche oft zu spät festgestellt wird. Wie erfolgt nun die weitere Diagnostik? Das wissen viele von Ihnen schon. Die wichtigste Untersuchung zur Feststellung der Herzschwäche ist eine Herzultraschalluntersuchung. Man kann mit dieser Herzultraschall oder Echokardiografie sehr schön die Größe der einzelnen Herzkammern feststellen. Man kann die Herzklappen analysieren, die Dicke der Herzwände und eben auch die Pumpleiste untersuchen oder Herzklappenfehler erkennen. Hier links sehen Sie so ein normal großes Herz mit den vier Herzhöhen und auf der rechten Seite eine starke Erweiterung dieser großen sogenannten linken Ventrikelkammer, der großen Herzkammer bei einer Herzschwäche. Also der Arzt kann relativ schnell erkennen, worauf die Herzschwäche beruht. Man benötigt aber zusätzlich auch natürlich das EKG, wo man sehen kann, ob der Patient schon einen Herzinfarkt durchgemacht hat. Viele Patienten brauchen ein Belastungs-EKG, um Hinweise für eine Durchblutungsstörung zu finden, ein Röntgenbild der Brustkorborgane und in vielen Fällen auch eine Herzkatheteruntersuchung. Es gibt auch eine Sonderform der Herzschwäche, die akute Herzschwäche. Während die chronische eher schleichend über Monate und Jahre entsteht, kann sich die akute Herzschwäche innerhalb von Minuten bis Stunden entwickeln und der Patient ist dann ganz schwer beeinträchtigt. Es ist auch eine hochgefährliche Sache und meist entsteht diese akute Herzschwäche auf dem Boden der chronischen Herzschwäche, wie wir dann nennen, durch Dekompensation der chronischen Herzschwäche. In dieser Situation muss man wirklich schnell handeln und das ist ein kardiologischer Notfall. Es kann ein akutes, lebensbedrohliches Herzversagen vorliegen, der sogenannte kardogene Schock. Oder es kann so eine schwere Herzschwäche geben, dass sich Wasser in die Lunge zurückstaut und ein sogenanntes Lungenödems entsteht. In diesen Fällen braucht man wirklich den Notarzt und muss sofort die 112 wählen. Das ist keine Situation, bei der Sie erst zum Hausarzt gehen können. Sie sehen hier so ein Bild eines sogenannten Lungenödems, wo eben Flüssigkeit, was sich vor dem Herzen staut, in die Lungenbläschen austritt und es entsteht extreme Atemnot, vor allem beim Liegen. Manche Patienten haben sogar den sogenannten Herzhusten oder Flüssigkeit und Schaum vor dem Mund und es besteht meistens Todesangst. Weil die Lunge so mit Wasser überladen ist, kann man im Röntgenbild nicht mehr diese sogenannte Schwärzung der Lunge sehen, wo eigentlich Luft sein sollte, sondern hier dieses Wasser zeigt sich in so einer gräulichen Verfärbung der Lungengewebe, wo es eigentlich normalerweise schwarz wäre. Also ein absoluter Notfall. Jetzt zu einer besonderen Form, die ich vorher schon so ein bisschen erwähnt habe, diese sogenannte diastolische Herzschwäche oder die Herzschwäche bei erhaltener Pumpfunktion. Die ist sehr häufig, man weiß, dass etwa 50% aller Herzschwächepatienten an dieser Form leiden, aber leider in der Bevölkerung noch wenig bekannt. Es ist so, dass sie auf der Störung der Füllung, der Dehnbarkeit des Herzens beruhen und wir haben über 5% aller über 70 jährigen Menschen leiden in Deutschland daran. Man weiß, dass Frauen viel häufiger betroffen sind als mehr. Fast alle Patienten mit dieser diastolischen Herzschwäche haben als Ursache eine Bluthochdruckerkrankung und viele haben zusätzlich ein Diabetes mellitus, also Zuckererkrankung oder Übergewicht. Es gibt andere seltene Ursachen wie eine genetisch bedingte Verdickung des Herzmuskels, die Hypertrophe Kardiomyopathie oder Stoffwechselerkrankung, wo sich Eiweiße zum Beispiel ins Herz einlagern, die sogenannte Amyloidose. Beschwerden sind bei der diastolischen Herzschwäche ganz ähnlich wie bei der sogenannten systolischen Herzschwäche. Patienten haben Luftnot bei Belastung, manchmal auch in Ruhe, sie sind weniger leistungsfähig. Es gibt eben diese bekannten Flüssigkeitseinlagerungen in die unteren Extremitäten, die Ödeme und viele Patienten haben häufig nachts Atemnotanfälle und kommen deshalb als Notfall ins Krankenhaus. Also ganz ähnliche Symptome wie bei systolischen Herzschwäche. Die Ursache ist, dass der Herzmuskel oft verdickt ist und er hat seine Elastizität, seine Dehnbarkeit verloren. Er dehnt sich also in der Erschlaffungsphase nur ungenügend auf und kann deshalb nicht genug Blut aufnehmen, was er dann in der nächsten Anspannungsphase eigentlich auswirfen sollte. Durch diese Steifheit bleibt das Blut im Kreislauf zurück und staut sich in die Lunge, dass eben Wasser in der Lunge entsteht und die Luftnot entsteht. Das ist die Ursache der Atemnot bei der Herzschwäche. Jetzt ein Exkurs zu dem interessanten Thema Herz und Coronavirus. Sie alle wissen, dass wir momentan stark eingeschränkt sind und gerade diese Veranstaltung ist ein Beispiel dafür, dass wir durch das Coronavirus leider nicht mehr unseren Vortragstätigkeiten in dem normalen Alltag nachgehen können. Vielleicht ein paar Begriffsdefinitionen. Das Coronavirus haben Sie alle gehört, ist ein rundes, kreisförmiges, kugelförmiges Virus, was solche Spitzen, solche Kugeln, Strahlenkranz außen dran hat. Deshalb heißt es Coronavirus. Das Virus wurde von der Weltgesundheitsorganisation als SARS-CoV-2-Virus bezeichnet. Die Erkrankung, die wir aber hier sehen, ist die COVID-19-Erkrankung. SARS-CoV heißt Severe Acute Respiratory Syndrome, also eine Lungenerkrankung durch dieses Coronavirus-2. Und weil die Erkrankung 2019 zum ersten Mal festgestellt wurde, heißt die Erkrankung eben COVID-19. Auch für Herzpatienten heißt es, Vorsicht vor dem Coronavirus, aber bitte keine Panik. Generell ist es so, dass alle Bakterien oder virale Infektionen eine zusätzliche Belastung und Gefahr für das Herz-Kreislauf-System darstellen. Und das kann natürlich ein geschwächtes Herz überfordern. Wie riskant so eine Ansteckung für Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankung ist, ist aber sehr unterschiedlich. Man weiß noch nicht genau, welche Patienten besonders betroffen sind. Und die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Komplikationen belaufen sich nach momentaner Kenntnis auf 5-10% aller COVID-19-Erkrankungen. Interessant ist, dass das Virus eine direkte Schädigung des Herzens bewirken kann, indem es vor allem die Gefäße, auch die Herzkranzgefäße befällt, also eine Gefäßentzündung mit Herzinfarkten auslöst. Eher selten ist eine direkte Muskelentzündung des Herzens, die sogenannte Myokarditis. Also mögliche Auswirkungen sind tatsächlich, dass sogar bei COVID-19 vermehrt Herzinfarkte entstehen durch Verschlüsse und Verstopfung der Herzkranzgefäße, eine akute Schädigung des Herzens auch ohne Verengung der Gefäße. Es sind Herzrhythmusstörungen beschrieben, Herzschwäche, Herzbeutelerguss und vor allem Thrombosen und Embolien auch, die die Herzkranzgefäße oder den Körper als gemein betreffen. Hier nochmal zusammengefasst diese ganzen Möglichkeiten der Schädigung. Wir nennen das sogenannte mikrovaskuläre oder thrombotische Schädigung. Wir wissen heute, dass das Virus das Immunsystem ankurbelt und einen sogenannten Zytokinsturm bewirkt, der den Herzmuskel schädigen kann. Es gibt also mannigfaltige Ursachen in dem, wie das Virus auf das Herz einwirken kann. Wichtig ist glaube ich, dass Patienten, die Atemwegserkrankungen haben, Lungenentzündungen, Lungenemphysemen, Asthma, COPD sind doch besonders gefährdet. Und Patienten, die eine Herzerkrankung haben mit Funktionseinschränkung, also mit einer Herzschwäche, sind eben auch ernster gefährdet als die Patienten, die nur eine Bluthochdruckerkrankung haben. Natürlich sind auch Patienten gefährdet, die immunsupprimierende Medikamente nehmen und lassen auch nach einer Organtransplantation. Was sollen Sie beachten? Man muss die allgemeinen Verhaltenshygienerichtlinien beachten. Da denken Sie bitte an die Empfehlung des Robert Koch Instituts. Bitte nehmen Sie die Medikamente zum Herz-Kreislauf-System gewissenhaft ein. Keine Medikamente absetzen, auch nicht die Blutdruckmedikamente. Und ganz wichtig auch nicht die blutverdünnenden Medikamente. Man muss natürlich eine Klinik informieren, wenn man Blutverdünnung einnimmt, damit man das nicht doppelt einnimmt. Und Sie sollten sich einfach aktuell informieren und bitte nicht auf irgendwelche Pressemeinungen von Wundermitteln vertrauen. Bitte bleiben Sie aufmerksam, was das Coronavirus betrifft. Die Symptome der Infektion können natürlich mit Luftnot und Atemnot ganz ähnlich auf eine Herzerkrankung eingehen oder auch Brustbeschwerden veranlassen. Also wenn ein Verdacht auf Herzinfarkt oder Herznotfall besteht, sollen Sie bitte nicht zögern und keine Angst haben, in die Klinik zu gehen, sondern den Notruf 112 absetzen. Und ein gesundheitsfördernder Lebensstil ist natürlich ganz wichtig. Soweit zum Coronavirus. Nun geht es weiter mit dem zweiten Teil. Sobald die Herzschwäche erkannt ist, stellt sich die Frage, was tun? Die beste Strategie natürlich für die Behandlung einer Herzschwäche ist, wenn der Patient eine aufgeklärte und behandelbare Grundeinkrankheit hat. Wenn eine koronare Herzkrankheit besteht, ist natürlich sinnvoll, die Durchblutung des Herzens zu verbessern, durch Medikamente, Dilatation, Stents oder Beipassoperationen und die Risikofaktoren für die KHK auszuschließen, eben Bluthochdruck, Diabetes und so weiter. Wenn eine Herzklappenerkrankung die Ursache ist, also mit undichten oder verengten Herzklappen, kann natürlich die Erkrankung geheilt oder verbessert werden, wenn die Herzklappe repariert wird oder ersetzt wird. Das sehen Sie hier in einem Ultraschall des Herzens mit einer undichten Mitralherzklappe mit Rückfluss durch die Mitralherzklappe, die durch eine Operation korrigiert werden kann. Hier rechts ist die Mitralklappe rekonstruiert und hier besteht nur noch so eine ganz geringe Undichtigkeit dieses Farbmosaikbild. Welche Medikamente stehen uns zur Verfügung? Und ich darf Ihnen gleich dazu sagen, die Domäne der Behandlung der Herzschwäche ist doch immer bei den Medikamenten. Wir haben eine ganze Reihe von Medikamenten, die bei der sogenannten systolischen Herzschwäche sehr günstig wirken. Die sollten auch in so einen Medikamentenpass eingetragen werden. Und die Ziele, die wir bei der Behandlung haben bei den Patienten sind im Grunde vier verschiedene. Die Medikamenten sollen helfen, dem Voranschreiten der Herzschwäche aufzuhalten und die zu stoppen. Wir wollen erreichen, dass sich die Herzleistung verbessert und dass für den Patienten die Lebensqualität, die subjektive Leistungsfähigkeit wieder verbessert wird. Das ist für unser Patient glaube ich ein ganz vordringliches Ziel. Eine ganz wichtige Idee war über die letzten Jahre auch immer, dass wir natürlich Medikamente möchten, die die Lebenserwartung des Patienten mit der Herzschwäche verbessern, weil wir wissen, dass die Herzschwäche ein sehr ernstes Krankheitsbild ist. Ganz entscheidend ist, dass Sie als Patient bitte Medikamente nicht eigenmächtig absetzen sollen, weil es sonst zu krisenhaften Notfällen kommen kann. Folgende Medikamente haben ihre Wirksamkeit bei der systolischen Herzschwäche bewiesen. Ich betone das, weil Sie nachher sehen werden, dass es für die diastolische leider nicht so viele Möglichkeiten gibt. Sie alle kennen oder einzeln von Ihnen kennen Betablocker, ACEma, Sartane, die sogenannten MRAs, die Arnis, Wassertabletten, Iverbradin und herzstärkende Glycoside. Ich will kurz auf die einzelnen Medikamente eingehen, aber auch nicht zu ausführlich, weil es Entscheidung des Arztes liegt, was für Sie persönlich sinnvoll ist. Die Betablocker, die schützen vor Stresshormonen, vor dem Adrenalin und Neuadrenalin und verbessern die Überlebensfähigkeit des Patienten. Gesichert für Metapolol, Bisopolol, Carvalilol. Man beginnt mit einer niedrigen Dosis und oft merken die Patienten am Anfang eine gewisse Abnahme der Leistungsfähigkeit. Die Belastbarkeit wird dann nach drei bis sechs Monaten aber deutlich besser. Sehr, sehr wichtiges Medikament. Man sollte es nicht geben bei einem echten allergischen Asthma, bei sehr niedrigem Blutdruck oder langsamer Herzfrequenz. Dann als nächstes die sogenannten Azehem oder Sartane, die viele von Ihnen kennen, als Bluthochdruckmedikament, Enalapril, Ramipril, verschiedene Medikamente. Sie wirken schädlichen Umbauprozessen im Herz entgegen, entlasten das Herz, steigern die Leistungsfähigkeit und verbessern die Prognose des Patienten. Die sind sehr, sehr wirksam, haben aber eine Nebenwirkung. Bei einem geringen Patientenanteil kommt es zu einem trockenen Reizhusten und dann kann man auf ein sogenanntes Sartan-Medikament wechseln. Und ganz, ganz selten sind so allergische Reaktionen mit dem sogenannten Angioödem, die dann ein sofortiges Handeln benötigen. Aber es sind sehr, sehr wirksame, bewährte Medikamente. Man muss unter dieser Therapie regelmäßig die Nierenleistung überprüfen, weil Sie die Nierenwerte etwas ansteigen lassen können und den Blutkaliumspiegel. Und der ist sehr, sehr wichtig für die normale Aktion des Herzmuskels und Allerskelettmuskel. Also den Kaliumwert sollte man vor Beginn der Therapie und bei jeder Dosisänderung und dann vierteljährlich überprüfen. Auch diese Medikamente beginnt man nicht dosiert und steigert es nach Verträglichkeit. Sehr bewährt sind die sogenannten MRAs, komplizierter Begriff, Mineralocorticoid Rezeptor Antagonisten. Da gibt es nur zwei Medikamente, das Spironolacton und das Eplerenon. Sie sind ein fester Bestandteil der Herzschwächebehandlung, weil sie Sterblichkeit senken. Auch hier fängt man mit einer niedrigen Dosis an. Und das gleiche gilt wie für die ACE-Himmer. Man muss die Nierenwerte und Kaliumspiegel regelmäßig kontrollieren, weil die Medikamente vor allem das Kalium erhöhen. Das Spironolacton kann bei Patienten manchmal eine Brustschwellung verursachen und dann sollte man wechseln zu dem Eplerenon. Ein Meilenstein in der Behandlung der Herzschwäche sind die sogenannten ARNI. ARNI heißt Angiotensin Rezeptor Neprylisin Inhibitor. Von dieser Wirkklasse, die neu ist seit 2016, gibt es bisher nur einen Vertreter. Das Medikament heißt Entresto. Das ist eine Kombination aus zwei Medikamenten, die noch besser wirkt als diese ACM oder Sartane und die Prognose, die Überlebenswahrscheinlichkeit verbessert, aber auch die Leistungsfähigkeit des Patienten weiter verbessert. Also es hat Vorteile und wir setzen das zunehmend auch als Erstlinienbehandlung ein bei den Patienten mit Herzschwäche. Als Nebenwirkung ist doch häufig, dass es den Blutdruck etwas stärker senkt und das limitiert leider oft die Dosierung des Medikaments. Wir würden gerne mehr geben, können das aber nicht, weil der Blutdruck doch absinkt. Ganz selten sind auch diese allergischen Reaktionen mit Angioödemen, das habe ich bisher noch nie gesehen. Ganz wichtig ist, man darf es nicht gemeinsam nehmen mit ACM oder Sartanen, damit fällt der Blutdruck wirklich dramatisch ab und man muss die ACM drei Tage vorher absetzen. Sartanen nicht, das ist hier nicht so ganz korrekt. Man fängt auch hier mit einer niedrigen Dosis an und steigert die immer alle vier Wochen nach Verträglichkeit und muss etwas Geduld haben, wie das Medikament vertragen wird. Dann sind ganz ganz wichtig aus meiner Sicht die Wassertabletten, die Diuretika, die wassertreibenden Mittel. Sie werden aber eigentlich nur eingesetzt, um Flüssigkeit auszuschwemmen, bei Patienten, die eine Neigung zur Einlagerung von Flüssigkeit haben und bei Patienten mit hohem Blutdruck, um die zu senken. Da gibt es verschiedene Gruppen, die eingesetzt werden, aber ganz wichtig ist, dass bei allen Wassertabletten, dass hier der Kalimspiegel eher sinkt. Auch deshalb muss man wieder den Kalimspiegel überprüfen und die Nierenfunktionen. Da diese Wassermittel so unangenehm für viele Patienten sind, werden sie leider besonders häufig weggelassen oder zu wenig eingenommen, was oft ein Grund ist, warum sich das Befinden des Patienten verschlechtert und Notfallessige Krankensaufenthalte erforderlich werden. Wir haben noch ein, zwei Reservemedikamente. Das sind die herzstärkenden Herzglycoside, die aus dem Fingerhut gewonnen werden, Digoxin und Digitoxin. Bei der Herzschwäche steigert etwas die Herzkraft und senkt die Pulsfrequenz beim Vorflimmern. Wir haben das früher sehr sehr häufig eingesetzt. Die Medikamente sind etwas in Verruf geraten, weil sie doch auch Nebenwirkungen haben können und werden heute nur noch als Reservemedikamente eingesetzt. Ich persönlich verwende die sehr gern. Was ganz Neues und ein weiterer Meilenstein bei der Behandlung ist, ganz aktuell die Behandlung mit den sogenannten SGLT2-Hämmern. Das sind eigentlich Diabetes-Medikamente, die für den Diabetes entwickelt wurden. Da sind zwei in Deutschland zugelassen auf dem Markt, das Empaglyphlozin und das Dapaglyphlozin. Man hat bei der Behandlung von Diabetes-Patienten überraschend festgestellt, dass sich die Blutzuckerwerte verbessern, aber dass sich auch die Herzschwäche bessert und Patienten weniger ins Krankenhaus aufgenommen werden müssen wegen Herzschwäche. Und wir haben ganz aktuelle Daten, dass sie also unabhängig davon, ob ein Mensch Diabetes erkrankt ist, das Dapaglyphlozin und auch das Empaglyphlozin bei Herzschwäche einen großen Nutzen haben und die Sterblichkeit senken und weniger Krankenhausanweisungen entstehen. Also eine ganz neue Entwicklung, sodass wir das vermehrt einsetzen bei Diabetikern, aber auch jetzt neu bei Patienten ohne Diabetes. Ein Reservemedikament oder ein Thema, was bei Herzschwäche immer etwas zu kurz kommt, ist der Eisenmangel. Patienten, die einen Eisenmangel haben, egal ob sie blutarm sind oder nicht, profitieren von einer Eisengabe, wenn ein Eisenmangel in den Blutwerten bewiesen ist und dazu muss man Laboruntersuchungen durchführen. Ein ganz wichtiger Punkt für alle Herzpatienten, für alle Patienten mit Herzschwäche ist, dass man sich vor Grippe impfen lassen soll. Momentan ist die Grippesaison, Sie wissen, dass alle aufgerufen werden, sich gegen Grippeimpfung zu lassen. Das gilt besonders für Patienten mit Herzschwäche. Aber auch eine Pneumokokkenimpfung, also Bakterien gegen Lungenentzündungsbakterien, ist sinnvoll, dass man dagegen impft. Das muss man nur alle fünf Jahre machen. Es gibt nun neben diesen Medikamenten, die einen nachgewiesenen Nutzen haben, eine ganze Reihe von Medikamenten, die in der Presse, oft in der Laienpresse beworben werden, aber denen es keinen nachgewiesenen Nutzen gibt. Dazu zählt leider auch der Weißdorn, Krategus, Taurin, Carnitin und Coenzym Q10. Hier waren wir mal sehr überrascht in 2013, als es eine positive Studie gab. Der Nutzen ist aber nicht belegt. Hier gibt es widersprüchliche Daten und momentan kann es nicht empfohlen werden. Man sollte das aus ärztlicher, kardiologischer Sicht besteht keine Indikation dafür, diese Medikamente einzunehmen. Und es gibt Medikamente, die sogar eher schädlich sind, die Sie nicht nehmen sollten, die die Herzschwäche verschlechtern können. Das sind die meisten Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen. Außerdem Amiodaron können eine Herzschwäche verschlechtern. Dann bestimmte Blutdruckmedikamente wie Verapamil, DIL-TH10. Ganz besonders Schmerz- und Rheumamittel wie Ibuprofen, Diclofenac. Sie können zur Flüssigkeitseinlagerung führen und zu dramatischen Verschlechtern der Herzschwäche. Aber auch Antidepressiva und andere Blutzuckermedikamente, die wir bei der Herzschwäche vermeiden müssen. Was kann der Patient selbst tun, um der Herzschwäche entgegenzuwirken? Viele haben wir über Medikamente und über ursächliche Therapie gesprochen. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die selbst wichtig sind. Entscheidend ist, dass Sie die Medikamente, die der Arzt hoffentlich sorgfältig auf Sie abgestimmt hat, konsequent einnehmen und Medikamente nur in Absprache mit dem Arzt verändern. Eine tägliche Gewichtskontrolle ist wichtig. Dann ein maßvolles Ausdauertraining bei stabiler Herzschwäche. Wenig Alkohol, weil Alkohol direkt auf das Herz schädigend wirken kann. Rauchen aufhören, mediterrane Küche, wenig Salzzufuhr, kein Nachsalzen und bei der Flüssigkeitszufuhr aufpassen. Dann so ein Thema, was euch in den Hintergrund tritt. Reisen in große Höhen oder heiligtes feueres Klima. Das vermeidet der Patient mit Herzschwäche eigentlich in der Regel selbst schon. Fangen wir an mit dem Thema Bewegung als Therapie. Als ich studiert habe und Medizin gelernt habe, war es noch so, dass die Patienten mit Herzschwäche oft vier Wochen ins Bett gepackt wurden und sie sich schonen sollten. Das ist dann mittlerweile total out. Man hat gelernt, dass durch diese Schonung die ganze Herzmuskulatur, aber auch die Skelettmuskulatur sich eher verschlechtert, dass der Patient nachher keine Kräfte mehr hat. Man weiß heute, dass vor allem in den mittleren Stadien der Herzschwäche ein dosiertes Ausdauertraining sehr sinnvoll ist, die Leistungsfähigkeit verbessert, die Sterblichkeit senkt und auch die Krankenhausbehandlung seltener werden lässt. Also eine ganz wichtige Sache. Das gilt in den mittleren Stadien und sollte immer nur nach ärztlichem Rat begonnen werden. Wie kann man das praktisch machen? Man lässt sich vorher beim Ausdauerbelastung wie Spazieren gehen, Walking, Rad fahren, Wandern. Manche Patienten erneigen auch zum Tanzsport. Die Intensität kann dann ganz langsam unter Pulskontrolle gesteigert werden. Ideal ist natürlich, wenn Sie so etwas in der Herzsportgruppe wie in unserer Reha zum Beispiel beginnen. Patienten mit schwereren Beschwerden sollen ein ganz eng überwachtes Trainingsprogramm bekommen und das verbessert bei diesem Patienten mit Nyh3-Stadium, wenn man das konsequent macht, sogar eine Nyh3-Klasse ist also so wirksam wie manches Medikament. Und Patienten mit hochgradig eingeschränkter Punktfunktion können ein ganz vorsichtiges Übungstraining durchaus auch durchführen, was ihre Leistungsfähigkeit wieder verbessern kann. Wie kann man diese Krankenhausaufenthalte vermeiden? Ich habe Ihnen vorher schon erwähnt, dass die Entgleisung einer Herzschwäche, wir nennen das Dekompensation, der häufigste Grund in Deutschland ist für Krankenhausaufweisungen. Jeden Tag in der Notaufnahme kommen Patienten mit dekompensierter Herzschwäche. Und oft ist es leider so, dass da Therapiefehler verantwortlich sind. Oft sind aber auch neue Herzrhythmusstörungen, Vorflimmern, bakterielle Entzündungen, Grippe, Infekt, Lungenentzündung ursächlich oder Blutdruckkrisen. Und da muss man darauf aufpassen und diese Sachen vermeiden. Therapiefehler. Es ist leider so, dass der Patient mit einer Herzschwäche sehr engmaschig eigentlich von Hausarzt und Kardiologen überwacht werden muss. Wenn das zu große Intervalle sind, kann es sein, dass die Behandlung nicht mehr ganz angepasst ist. Und Patienten mit der schweren Herzschwäche sollten eigentlich wirklich eine ganz engmaschige Behandlung, am besten eine sogenannte Herzinsuffizienzambulanz, wo die Medikamente engmaschig überprüft werden. Es sind natürlich viele Medikamente und oft ist so, dass der Patient diese vielen Medikamente nicht gern einnimmt und sie dann wahllos abgesetzt werden oder einfach Wassertabletten zum Beispiel reduziert werden und dann lagert sich Flüssigkeit ein und man merkt es viel zu spät. Auch falsche Dosierungen mögen eine Rolle spielen, was das Kalium beeintrifft und eben die zusätzliche Einnahme von Medikamenten, die das Herz schwächen. Wie ich schon sagte, ein typisches Beispiel sind Schmerzmittel, Schmerz- und Rheumamittel. Aber nicht nur Medikamentenfehler können eine Herzschwäche verschlimmern, sondern auch Ernährungsfehler. Und so ist der Salzkonsum ein ganz wichtiger Punkt. Eine große Salzzufuhr führt auch in der Regel zu einer vermehrten Flüssigkeitsaufnahme. Viele Patienten sagen mir, ja ich muss doch für meine Nieren am Tag drei oder vier Liter mit der Flüssigkeit trinken. Das gilt vielleicht für reine Nierenerkrankungen, aber bei der Herzschwäche ist das total schädlich und falsch. Hier muss man sagen, dass eine Flüssigkeitsaufnahme von mehr als zwei Liter zur Verschlechterung der Herzschwäche beiträgt. Also hier muss man mit der Flüssigkeit und der Salzzufuhr haushalten. Das heißt, auf die Flüssigkeitseinlagerung am Körper achten, Innenknöchel, Unterschenkel, Bauchraum, ob das Gewicht zunehmt. Und wenn Kurzatmigkeit auftritt, dann bitte sofort zum Arzt gehen. Sehr sinnvoll wäre es für Patienten mit Herzschwäche so ein Herztagebuch zu führen, was Sie bei der Herzstiftung kostenlos erhalten. Hier kann man sein Gewicht, Blutdruckwerte und Befinden eintragen und dann frühzeitig eine Tendenz erkennen, die auch für den Arzt eine sehr aussagekräftige Hilfe ist. So viel, meine Damen und Herren, zu Medikamenten. Jetzt gibt es auch noch technische Verfahren, die bei der Herzschwäche gut wirken. Das ist sogenannte kardiale Resynchronisationstherapie bei Herzschwäche. Ein Schrittmacherverfahren, ein Herzschrittmacher, was mit drei Kabeln im Herz die Herzaktion wieder synchronisiert und ökonomisch gestaltet. Und das ist dann sinnvoll, wenn der Patient eine bestimmte EKG- Veränderung hat, der sogenannte Linkschenkelblock. Und dann können wir in der Klinik mit solchen Dreikammerschrittmachern oder Defibrillatoren das Herz wieder synchronisieren und die Leistungsfähigkeit verbessern. Ein wichtiger und oft sehr bedeutsamer Eindruck für die Patienten. Aber es gibt für die Patienten auch den sogenannten Defibrillator. Wir wissen, dass alle Patienten mit einer Herzschwäche gefährdet sind durch Herzrhythmusstörungen mit dem plötzlichen Herztod. Und da hilft so ein implantierbarer Defibrillator, der den Herzrhythmus kontinuierlich überwacht und in einer Notsituation einen lebensrettenden Herzschock abgibt und die Rhythmusstörung beenden kann. Das Thema ist heute nicht so im Vordergrund. Es war im letzten Jahr ein Thema der Herzwoche. Und da gibt es eine schöne Broschüre der Deutschen Herzstiftung, die Sie auch im Internet oder telefonisch anfordern können. Jetzt das Thema Vorhofflimmern und Herzschwäche. Viele Patienten mit Herzschwäche haben als Ursache ein Vorhofflimmern, was nicht gut behandelt wird oder nicht gut behandelbar ist. Und in diesen Fällen kann man eine Verödungsbehandlung, die auch bei uns im Haus durch Herrn Kollegen Yang durchgeführt wird, die Herzschwäche deutlich bessern. Also für Patienten mit Vorhofflimmern und sehr hoher Herzfrequenz ist die Vorhofflimmerablation eine sinnvolle Maßnahme, die Sie eben auch zur Verbesserung der Herzleistung beiträgt. Auch das ist in dem Thema Herz außer Takt ausführlich behandelt worden. Meine Damen und Herren, im dritten Kapitel will ich ein bisschen darüber sprechen, was macht man, wenn die Therapien nicht mehr helfen. Wenn alle medikamentöse Therapien, Ursachentherapie leider nicht mehr hilft, gibt es eben die Möglichkeit immer noch der Herztransplantation, also eines neuen Herzens. Der Eingriff ist sehr erfolgreich, wenn ein Herz zu bekommen ist. Die durchschnittliche Lebenserwartung nach einer Transplantation beträgt derzeit ruhig um zehn Jahre. Das Problem ist das Mangel an Spendern. Herzen, das alle wissen Sie, auch für hochdringliche Patienten gibt es momentan Wartezeiten über drei Monate. Und es gab im letzten Jahr leider nur 344 Herztransplantationen. Wenn Sie sich zurückerinnern an die Zahl der Herzschwächepatienten ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein leider. Wir könnten so vielen Patienten helfen. Deshalb ist momentan sehr ein Thema die Entwicklung des Kunstherz oder der Herz Unterstützungssysteme, die man zur Unterstützung der linken oder rechten Herzkammer einsetzt, oder beider Herzkammern. Es wird auch gearbeitet daran, an dem totalen Herzersatz. Früher wurden diese Systeme nur zur Unterstützung eingesetzt, in Vorbereitung auf eine Herztransplantation. Heute sind sie zum Teil auch als dauerhaften Herzersatz zu überlegen, als sogenannte Destination Behandlung. Ein paar Worte jetzt noch zum Alltag, was Patienten mit Herzschwäche im Alltag berücksichtigen sollen. Die richtige Trinkmenge, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe Ihnen schon erklärt, dass bei der Herzschwäche darauf geachtet werden sollte und man empfiehlt eine Flüssigkeitszufuhr im Durchschnitt von 1,5 bis 2 Litern. Das ist sehr abhängig von der Temperatur, von Schwitzen und sowas und sollte von Ihrem Kardiologen festgelegt werden. Man sollte natürlich am besten Wasser, ungesüßten Kaffee und Tee trinken und wenn es möglich ist nicht so viel Kölsch oder Rotwein. Ganz entscheidend finde ich, dass der Patient mit Herzschwäche sich täglich wiegen soll, vor allem wenn eine Tendenz zur Wassereinlagung besteht. Morgens immer zur gleichen Uhrzeit wiegen, am besten ohne Bekleidung vor dem Frühstück und das ins Tagebuch eintragen. Eine ganz wichtige Daumenregel oder Faustregel ist, nehmen Sie innerhalb von drei Tagen mehr als zwei Kilo zu. Ist es keine Nahrungseinlagen oder kein Fettgewebe, sondern ist es Flüssigkeitsanlagerung. Und dann muss man mit dem Hausarzt oder Kardiologen sich besprechen und unbedingt die Wassertabletten anpassen, vorübergehend mehr Wassertabletten geben und die Flüssigkeitszufuhr etwas beschränken. Also bitte täglich wiegen. Körpergewicht ist sowieso ein wichtiges Thema. Sie sollten natürlich gesund sich ernähren und nicht zu viel Gewicht haben. Man weiß aber, es gibt so ein Übergewichtsparadoxon. Patienten, die eine Herzschwäche haben und etwas übergewichtig sind, haben erstaunlicherweise eine bessere Überlebenschance als Patienten, die ein sehr niedriges Gewicht haben. Man weiß aber auch, dass bei der fortgeschrittenen Herzschwäche die Gewebe nicht mehr gut durchblutet sind und zu einer ungewollten Gewichtsverlust kommt, den wir Kardiale Karexie nennen. Und das ist natürlich leider auch ein Zeichen für eine fortgeschrittene Herzschwäche. Optimal wäre, wenn man als Herzschwächepatient in so einem Betreuungsprogramm umfassend versorgt wird, also zwischen Hausarzt, Klinik, Kardiologe und vielleicht einer Herzenssuffizienzschwester. Es gibt so Betreuungsprogramme in Herzenssuffizienzambulanten, in Herzzentren. Wir wollen sowas hier in Bergisch Gladbach eben auch mit den niedergelassenen Kollegen etablieren, dass die Betreuung engmaschiger funktioniert. In idealer Weise wäre es eine Verknüpfung in so einem Herzinsuffizienz-Netzwerk zwischen einer Schwerpunktklinik, das wir sind, dem Hausarzt, Notarzt, einem überregionalen Herzinsuffizienzzentrum, einer Uniklinik, der kardiologischen Schwerpunktpraxis und einer Krankenschwester oder Arzthelferin, die spezialisiert ist auf die Betreuung von Herzinsuffizienzpatienten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen nur ein bisschen den Überblick geben über die Ursachen, Behandlungsformen und die Vorsichtsmaßnahmen beim schwachen Herz und kann Ihnen nur sehr empfehlen, bei der Herzstiftung die Broschüre zum diesjährigen Herzwoche zu bestellen, das schwache Herz, wo Sie viele neue weitere Informationen bekommen und die ganzen Themen, die wir jetzt behandelt haben, nochmal nachlesen können. Ansonsten stehe ich und mein Team Ihnen jederzeit zur Verfügung für Fragen und sind natürlich 365 Tage für Sie erreichbar, wenn das Herz versagt und ich alle wünsche Ihnen eine gute Zeit, dass Sie ohne Herzschwäche durch den Winter kommen und auch ohne Coronavirus-Infektionen. Alles Gute und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.